hallo leute und willkommen zu meinem nächsten video zu den blauglockenbäumen in diesem video wollte ich euch nur zeigen was aus den samen geworden ist die ich im letzten video in wasser eingelegt habe hier seht ihr einen teil dieser samen man sieht jetzt mittlerweile dass ein bisschen grün vorhanden ist ich hoffe dass das bedeutet dass aus den samen kleine pflänzchen raus wachsen einige von diesen samen habe ich jetzt auch hier auf zeva gelegt das ist natürlich hier sieht man schon etwas besser dass es grün wird ja die samen liegen jetzt seit etwa drei wochen im wasser dafür finde ich ist recht wenig passiert ich hatte auf der schüssel der die samen lagen noch eine folie damit die flüssigkeit nicht verdunstet habe auch regelmäßig etwas wasser nachgefüllt beziehungsweise das alte wasser weggekippt neues wasser nachgekippt ja das ist jetzt der stand der dinge da es jetzt draußen schon dunkel ist kann ich vom größten baum den ich habe jetzt kein video machen ich kann euch allerdings sagen ich habe gestern noch gemessen der isa ist jetzt etwa 85 cm groß ja ich schneide an dem baum auch regelmäßig die unteren blattpaare ab so dass immer etwa fünf bis sieben blattpaare noch vorhanden sind und ich bin der meinung dass dadurch der baum recht gut nach oben wächst also mit 85 cm bin ich auch ganz zufrieden ja ich hoffe dass aus den samen die ihr hier seht demnächst dann noch mehr raus wächst ich würde mich dann demnächst auf jeden fall wieder melden dann auch wieder mit dem neuesten stand zu meinem baum der draußen steht also bis dahin dann danke fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal ciao